yo was geht ab leute willkommen bei einem neuen video heute mit let's play mit den zwei kopien hier und ja wie ihr seht habe ich jetzt ein mädchen am start und danach machen wir zusammen die tombola weihnachten beginnt langsam also beginnt heute ist ja der erste am sonntag ist der erste advent deswegen wollen wir jetzt erstmal den mädchen und dann machen wir zusammen die tombola auf beziehungsweise aber erst mal mit dem mädchen kaputt so wie ihr seht ich bin jetzt schon level 55 hier bleibe ich jetzt erst mal mit dem ich muss das mal gucken ich bin aus den bilder rausgegangen muss erst mal xp irgendwie spenden danach drei tage und zwar auf jeden fall wie ihr seht kommt jeden tag also jeden zweiten jeden dritten jetzt ein video ich werde versuchen jeden tag wieder zu machen aber wird wohl wird wahrscheinlich nicht wegen den drachen marken so viel geld werde ich auch nicht reinstecken schon wieder auf welche bettler für auf jeden fall ja hallo so keine ahnung ich mache heute kommt auf jeden fall auch noch ein mixtape keine ich weiß nicht ob das vorher oder nachher kommt aber ich denke nachher wenn ich dann seht ihr hier ich habe mir eine htk besorgt die habe ich geswitcht das seht ihr dann aber mit mick selbst denke das kommt vorher ich verlinke es aber auf jeden fall unten in der beschreibung könnt ihr nachgucken und dann habe ich mir noch so einen den habe ich nicht aufgenommen habe ich mir noch so einen helm geholt da habe ich tp-riege und zene so weil ich werde jetzt eigentlich nur im links fahren aber da habe ich zwei kacke habe ich reingesteckt kam nichts gutes drauf und ja ich könnte noch einmal so kurz dings einmal wenn ihr bock habt immer ich kurz zu sehen was ich an den körper verlässt dann ist nicht überragend aber dann schreibt das mal in die kommentare dann mache ich mein video dazu lieber damit machen wir auch noch nicht ich kann noch einmal diese jung hellenwaffe nehmen wo die wird irgendwann mal nehmen und nicht hoffen wir mal schön trocken was schön ist und 1 hast plus 3 nehmen wir mit hallo fb läuft auf dem fächer mit drauf oder auf der glocke so was ist für ein fb durchschlag läuft so gepasst so fangen wir jetzt machen wir mal die tumbler und gucken was man so schön ist drauf ziehen ich hoffe für morgen reicht auch noch nicht vielleicht kaufe erste gegrillter graskarfer super der zweite 50 roter trank geil 50 blauer trank super und was in der goldenen oder siegeln in der goldenen blau perle nur für den mit dem nach dem mit probieren zum abmeld wieder blau tränke alt was kommt hier ein glücks symbol wieder das nächste wieder glücks symbol eine muschel super und wo wächsige schatz zu naja und wieder potz auf gründung hankau diesen reistern kaufen jetzt noch die los für morgen dual stein verkaufen können alle das ist doch super ich mache noch ein video dazu dann war es das mit dem video ich hoffe euch das video gefallen wenn ihr mehr davon lesen lasst ein like da lassen kommentare und ja wir sind uns beim mismal hotte rein